Willkommen beim Online-Zusatzteil, liebe Zuschauer, schön, dass Sie immer noch dabei sind, Ihr Laptop, Ihr Handy, was auch immer gezuckt haben, um noch mehr über Lara Runason zu erfahren, die Vize Miss Germany. Ich betone es auch immer gern, so Vize Miss Germany, das hört sich auch gleich viel besser an. Hast du schon gemerkt? Ich merke schon, ja. Aber redet man nicht über die schönen Seiten, also Vize Miss Germany, sondern ein bisschen über die Kehrseiten noch. Also wenn man sich täglich mindestens 350.000 Menschen aussetzt und noch mehr, dann gibt es ja auch sowas wie Shitstorm, Negativbewertungen, Kommentare, was auch immer. Da braucht man schon ein dickes Fell, oder? Wie gehst du damit um? Also ich muss zum Glück sagen, dass meine Community wirklich super lieb und unterstützend ist und ich eigentlich fast kaum negative Nachrichten oder Resonanz erhalte. Aber klar, wenn man sich in den sozialen Medien auffällt, ist das natürlich leider gang und gäbe aktuell, dass man vielleicht auch sowas bekommt. Und da muss man irgendwie sich auch ein Fell wachsen lassen, wie du gesagt hast. Also ich bin sehr, sehr sensibel, aber das darf man nicht so an sich heranlassen. Ja, darf man nicht, aber wie macht man das? Also es gibt viele Menschen, die sagen, du, sei da mal nicht so sensibel, aber wenn es an dich rankommt, das kann man sich ja nicht verordnen. Ich glaube, am besten ist es, wenn man mit jemandem vielleicht darüber spricht, aber nicht mit der Person, die das Kommentar natürlich da lässt. Also ich würde da niemals drauf antworten, weil erst dann gibt man, eröffnet man die Diskussion. Und das endet meistens immer nicht gut, weil sich dann mehr und mehr Leute mit einklinken. Aber generell muss ich sagen, Instagram ist letztendlich eigentlich noch eine Plattform, die relativ nett ist, in Anführungszeichen, aus dem Grund, weil es kein Dislike-Button oder sowas gibt, wie auf anderen sozialen Medien, wo schon im Vornherein sagen, hey, du kannst negativ abstimmen. Hm, hm, hm. Also vielleicht mal, gib uns doch mal einen Einblick, was da dahinter steht, also jetzt irgendwie fünf Tage die Woche Bilder zu machen, Storys zu machen. Also wie viele Stunden dauert das? Wie läuft so eine normale Woche ab? Ein normaler Tag von der Lara mit der Mutter, die da auch für die Fotos mit zuständig ist? Also danke an meine Mama, dass sie das alles auch mit mir mitmacht. Und sie ist ja die Frau hinter der Kamera, sie macht die ganzen Fotos von mir und unterstützt mich da sehr. Ja, also frühstens natürlich versuche ich erstmal die ganzen E-Mail-Verkehr, Telefonate oder wichtige Meetings abzuarbeiten, dann im Anschluss werden Bilder produziert. Wie lange dauert das? Gib mal eine Formel für ein richtig gutes Bild, eine grobe Formel, weil man sieht es so, denkt sich, naja, schnach los. Ich würde schon sagen, dass es eine Stunde dauert, bis man, man muss ja, also ich mache mich ja auch fertig, ich gehe zu der Fotolocation, dann manchmal klappt es, dann ist das Foto relativ schnell im Kasten, manchmal nicht. Und dann muss es aber auch noch bearbeitet werden. Also ich habe ja einen bestimmten Filter zum Beispiel, den ich durchgängig drauf mache. Und das ist natürlich auch alles dann Zeit, die in Anspruch genommen wird. Und das ist natürlich auch alles dann Zeit, die in Anspruch genommen wird.